Herzlich willkommen. Schön, dass du Zeit gefunden hast, heute hier bei unserer Eröffnungsveranstaltung von Women at DGAP, einem neuen Format, das die junge DGAP zusammen mit dem Mitgliederbereich ins Leben gerufen hat, um die vielen tollen, beeindruckenden Frauen vorzustellen, die in der DGAP Mitglied sind oder in der DGAP mitwirken, so wie du es tust, und zwar als Mitglied im Präsidium der DGAP. Und bevor wir zu dir kommen, wer du bist und was du machst, dachte ich, es wäre vielleicht für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ganz hilfreich, wenn du einmal kurz erklärst, seit wann du im Präsidium bist und was das Präsidium denn eigentlich ist innerhalb der DGAP, weil so häufig hören wir gar nicht aus diesem Gremium heraus. Also das wäre vielleicht eine ganz kurze, gute Intro. Ja, also ich bin noch gar nicht so lange im Präsidium. Ich überlege gerade, mit diesem Corona verliert man irgendwie das Zeitgefühl, ich denke so zwei Jahre ungefähr. Da hatte mich die damalige Direktorin Daniela Schwarzer gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, das zu machen. Ich habe total gerne zugesagt. In Wahrheit sind wir ein Gremium, das die DGAP mit Rat und wenn nötig auch Tat, Wohlwollen begleitet und immer so ein bisschen auch dem Vorstand und der Direktorin, ich will nicht sagen auf die Finger schaut, aber so ein bisschen schaut, läuft es da so in dem Sinne, wie wir uns das eigentlich vorstellen und vielleicht auch mal Anregungen reingeben und ich habe mich damals total gefreut, weil offenbar der Vorschlag, mich da reinzuholen, besonders von der jungen DGAP unterstützt oder sogar gefordert wurde und das fand ich ganz toll, weil es ist wahnsinnig wichtig, dass die jungen Leute in dieser Organisation ganz aktiv mitmachen und insofern verstehe ich mich da auch ein bisschen als deren Interessenvertreter und ich versuche da auch ein bisschen Kontakt zu halten. Super, das hören wir natürlich sehr gerne. Ich hoffe auch unser Publikum genauso. An dieser Stelle schon mal die Aufforderung an euch, wenn ihr im Zuge dieses Gesprächs Fragen an Christiane habt oder zu anderen Dingen bezüglich der DGAP, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wir sehen den Chat, während er hier durchläuft. Vielleicht magst du einmal dich vorstellen, wer du bist, was du aktuell machst und auch dein Werdegang. Das ist gerade für unsere jungen Mitglieder meistens ganz spannend, mal zu hören, wo kommen die Menschen eigentlich dahin, wo sie so sind in ihrem Erwachsenenleben? Wie du da hingekommen bist, wo du gerade bist? Ja, das mache ich total gerne. Ich bin seit Anfang diesem Jahres die erste stellvertretende Regierungssprecherin für die neue Ampelregierung und das muss man sich halt so vorstellen, dass es da drei Sprecher gibt. Der erste kommt vom Kanzler, also von der SPD, das ist der Chef im Hebelstreit. Die zweite von den Grünen, das bin ich. Und dann gibt es noch jemanden für die FDP, der auch dabei ist. Und für mich ist das wie ein neuer Beruf, den ich seit Anfang des Jahres lerne. Denn bis dahin war ich mein ganzes Berufsleben lang Journalistin bei der FAZ und dann später beim Spiegel. Und ich habe mich da immer schon sehr stark für außenpolitische Themen interessiert, war eben auch viele Jahre Auslandskorrespondentin in Russland und später im Mittleren Osten. Und ja, ich kann noch ein bisschen was dazu sagen, wie ich das geworden bin. Gerne, unbedingt. Ich bin schreibende Journalistin gewesen und war das auch total gerne und bewusst, weil ich immer gerne geschrieben habe und habe schon während des Studiums eben angefangen, so ein bisschen was zu schreiben, Praktika zu machen. Und dann hatte ich das Glück eigentlich, kann man sagen, dass ich 1991, also für euch wirklich vor tausend Jahren, als die Sowjetunion zerfiel, gerade in Kiew war. Und das war sozusagen ein so weltstürzendes Ereignis, die Leute demonstrierten und es gab einen Putsch und so weiter. Und dann habe ich einfach angefangen, davon dort zu berichten und habe dann auch Artikel geschrieben und wurde dann von der FAZ eingeladen. Ich sollte mich doch mal vorstellen und die wollten mal gucken, wer ist denn das? Und so entstand der Kontakt und nach dem Studium habe ich dann dort angefangen. Und ja, fast 20 Jahre später wurde ich vom Spiegel abgeworben und habe dann noch mal einige Jahre für den Spiegel gearbeitet. Und bis eben eines Freitagmorgens im Dezember Robert Habeck mir eine SMS schickte und ich fragte, ob wir mal telefonieren könnten und mir dann vorgeschlagen hat oder mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, auch Sprecherin zu sein. Total, total spannend. Ich habe zu der Vorgeschichte noch gleich ein paar Nachfragen, aber auch nur für unser Verständnis. Du hattest ja gerade gesagt, es gibt die drei Sprecher, wobei natürlich eine der Sprecher und die anderen die StellvertreterInnen sind. Und die haben auch Parteizugehörigkeiten oder sind zumindest von den Parteien in diese Position ernannt worden, nenne ich es jetzt mal. Korrigiere mich, wenn das ein falsches Wort ist. Wie muss man sich denn eure Arbeitsteilung vorstellen? Also ihr seid dann ja zu dritt. Wie funktioniert das? Es ist echt kompliziert. Wie fast alles in Deutschland. Also weil gerade die beiden Stellvertreter haben wirklich letztlich nicht so einfache Jobs, weil wir einerseits stellvertretende Sprecher von Scholz sind und auch den Kanzler auf Terminen begleiten und in der Regierungspressekonferenz für ihn sprechen. Wir sprechen aber auch für die ganze Regierung. Und jeder weiß natürlich, dass mich die Grünen, genau wie du gesagt hast, da rein in Sand haben und Wolfgang Büchner die FDP. Und natürlich gibt es in jeder, wie in jeder guten Koalition auch immer unterschiedliche Positionen. Aber in diesem öffentlichen Sprechen müssen wir halt die gemeinsame Position vertreten. Und wenn wir mit Scholz unterwegs sind, dann sind wir seine Sprecher ganz klar. Andererseits sind wir auch, also ich bei den Grünen, auch in Fraktionssitzungen, in ganz vielen Kontakten mit dem Außenministerium, mit dem Wirtschaftsministerium, im Kabinett und so weiter. Also, aber es gibt keine tatsächliche thematische Arbeitsteilung. Im Sinne, dass jetzt jeder macht die Ministerien, für die seine Partei zuständig ist. Das würde nicht funktionieren, weil wir ja in der Regierungspressekonferenz jeweils wirklich Fragen aus allen Bereichen beantworten müssen. Also wir müssen wirklich Allrounder sein. Und ich kann jetzt nicht sagen, das, was da im Bildungsministerium passiert, das interessiert mich nicht. Das gehört ja der FDP. So kann es nicht sein. Ich würde mal gleich die Frage von Wiebke mit aufnehmen, die im Chat schreibt, ich lese sie kurz vor. Was war für dich die größte Umstellung, beziehungsweise Überraschung von der publikativen Gewalt in die Exekutive zu wechseln? Das ist ja total schön ausgedrückt. Auch wirklich. Und tatsächlich war die größte Überraschung für mich, wie mächtig Journalismus ist. Das habe ich als Journalistin nicht so wahrgenommen, obwohl ich natürlich wusste, wir kritisieren, wir begleiten kritisch. Und natürlich reagiert die Politik darauf. Aber das Ausmaß, in dem Politik die öffentliche Wirkung immer sofort mitdenkt, in jeder Entscheidung die Kommunikation sofort mitdenkt. Und wie fein auch zum Teil auf bestimmte Artikel, auf bestimmte Art von Berichterstattung reagiert wird, das hatte ich mir in Wahrheit nicht so vorgestellt. Also Journalisten sind mächtiger, als ich dachte. Das glaube ich. Gerade in den letzten Monaten, eigentlich deiner Tätigkeitszeit in dieser neuen Rolle, ist ja auch gerade im Bereich der Außenpolitik sehr viel passiert. Und ich weiß nicht, wie frei du kommentieren darfst, aber ich versuche es mal trotzdem aus dir herauszukitzeln. Glaubst du denn, dass die Bundesregierung sich besser erklären müsste, zu dem, was gerade außenpolitisch passiert? Oder aber ob die Öffentlichkeit besser zuhören muss, dem, was eh schon auch gesagt und auch kommuniziert wird? Weil natürlich muss die Öffentlichkeit besser zuhören. Wir sind natürlich schon in einer wirklich für Deutschland und für ganz Europa natürlich nicht nur sehr traurigen, sondern einfach auch neuen Situationen mit diesem russischen Krieg in der Ukraine. Und natürlich ist eine Kommunikation in solchen Kriegszeiten auch nochmal was anderes als in den Jahren davor, wo wir zwar wirklich große Krisen hatten, aber eben nicht einen solchen Krieg, von dem wir ja nicht gedacht hätten, dass er überhaupt nochmal so möglich sein würde in dieser Art. Und was ich für mich persönlich sagen kann, ich glaube immer, dass ich noch etwas verbessern kann im Kommunizieren. Mein Ziel ist das, und das tun ja die Grünen auch sehr stark, möglichst erklärend zu sprechen. Aber es wird immer Situationen geben, in denen man auch als Regierungssprecherin sagen muss, dazu kann ich Ihnen leider nichts sagen. Bitte haben Sie Verständnis, da kann ich mich jetzt nicht dazu äußern. Das ist halt so, das sind die Momente, die ich nicht mag in meinem neuen Job, das muss ich ganz klar sagen. Aber ja, es lässt sich halt nicht immer vermeiden, aber ich bin ja immer noch relativ neu in diesem Job. Und im Chat wurde ja auch sozusagen nach der Umstellung gefragt. Und für mich ist natürlich schon eine riesige Umstellung, dass ich jetzt plötzlich nicht mehr einfach meine Meinung äußere, sondern dass mein Sprechen zum politischen Handeln geworden ist. Und wenn ich da nicht aufpasse, ist plötzlich eine Regierung beleidigt oder ein Börsenkurs stürzt ein oder so. Also mir ist schon klar, dass mein Sprechen jetzt etwas völlig anderes ist. Aber, und da ist man vielleicht am Anfang eher vorsichtiger. Arbeite aber daran, möglichst erklärend zu sprechen und möglichst stark immer die Journalisten, die da in der REC-PK sitzen oder die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen und zu versuchen zu erklären, warum die Regierung dies tut oder dieses nicht tut. Es gibt eine zweite Frage im Chat, die würde ich auch nochmal vorlesen. Gibt es in dieser Kriegszeit etwas, das dich aus der neuen Position auf die Medien blickt, nicht besonders besorgt, ärgert oder bewegt? Das fragt Jana. Ja, also ich habe mir jetzt, ehrlich gesagt, sehr fest vorgenommen und ich finde es auch nicht so schwierig, dass ich nicht anfange, jetzt plötzlich auf Journalistinnen und Journalisten zu schimpfen. Denn dafür bin ich viel zu lange selbst Journalistin gewesen, als dass ich das jetzt irgendwie glaubwürdig sagen könnte, was machen die denn da immer so. Aber ich fand schon, dass es Phasen gab, wer in den ersten Monaten des Krieges, und ich sage das, weil mich das auch vorher als Journalistin schon zum Teil gestört hat, in denen einfach Dinge zu einfach gemacht wurden und zu wenig Abwägung da war, wo auch wirklich zugestanden wurde, da steht die Politik in sehr schweren Entscheidungen, auch mit aufgrund von einer unzureichenden Faktenlage oft nicht einschätzen zu können, wie wird Putin reagieren auf etwas, was die deutsche Politik tut oder die europäische Politik tut. Und da in Abwägungssituationen, Entscheidungen treffen zu müssen, da kamen mir manche Berichterstattungen dann wie sehr vereinfachend vor. Es erschien mir so, als machte sich das dann manchmal zu leicht, damit auch oft moralisch aufgeladenen Forderungen an die Regierung ranzugehen oder Vorwürfen an die Regierung ranzugehen und nicht zuzugestehen, dass da wirklich schwierige Entscheidungen gefällt werden. Ja, spannend. Ich finde, dass das wirklich nur eine gewisse Zeit war und ich sehe das jetzt im Grunde nicht mehr. Ich sehe, dass wir jetzt eine wirklich ausgewogene Berichterstattung in vielen Teilen haben, die da die unterschiedlichen Positionen und die Abwägung auch mit einbezieht. Ja, das ist natürlich eine spannende, wahrscheinlich auch ein innerer Diskurs, den du auch führst zwischen dem Wissen, was auch deine Kolleginnen, früheren Kolleginnen fragen, arbeiten und so weiter und dem, wo du aktuell sitzt. Das ist natürlich auch eine Waagschale, die du auch nochmal ganz besonders gut verstehen kannst. Ja, das kann ich nochmal einzeln so sagen. Natürlich. Dass sie mich mein Leben lang beschäftigt hat in der Berichterstattung und jetzt auch auf der Seite der Regierung, dass eben gerade in der Außenpolitik, finde ich, besonders virulent ist, eben die Frage von einer werteorientierten und moralischen Politik und einer, das und dem, was man Realpolitik nennt, also einer Politik, die sich stärker an den Realitäten ausrichtet. Und das ist ein enormes Spannungsfeld, glaube ich. Und die Außenpolitik steht ständig in Entscheidungszwängen, auf welche Seite sie sich dann stärker ausrichtet und weniger ausrichtet. Und das ist ganz klar, dass Deutschland eine wertebasierte Außenpolitik braucht. Aber meine Erfahrung ist es auch, dass, wenn man eine Außenpolitik nur danach ausrichtet, läuft sie in die Irre oder verliert ihre realistische Basis. Ja, spannend. Ich glaube, da könnten wir den ganzen Abend mit Fabriken drüber zu philosophieren. Bevor ich meine nächste Frage stelle, nochmal den Aufruf auch in den Chat, gerne weitere Fragen zu stellen. Du hattest gerade ja schon das Thema Außenpolitik mit angeschnitten und auch vorher erzählt, dass du ja auch mit dem Kanzler mitreist und mit dabei bist. Wie international ist denn dein Job? Wo sprichst du? Auch auf internationalen Bühnen oder auf Reisen? Vielleicht kannst du uns da noch einmal einen Überblick geben. Eigentlich nicht sehr, weil die meisten Auslandsreisen des Kanzlers begleitet der Chefsprecher, also der Steffen Hebestreit, der von der SPD kommt und auch schon sehr lange mit Scholz zusammenarbeitet, schon sein Sprecher im Finanzministerium war und auch davor schon. Aber wenn der in Ausnahmefällen sagt, ich habe keine Zeit oder ich kann es aus irgendeinem Grund nicht machen, dann mache ich das. Und das war jetzt zum Beispiel am vergangenen Wochenende, als Scholz Freitag, Samstag auf dem Balkan, auf dem Westbalkan, heißt es, da durfte ich ihn begleiten. Und das ist natürlich besonders spannend für mich. Und bekommt ihr dann auch Anfragen ausländischer Journalisten und Journalistinnen und Journalisten, die ihr dann auch als Team beantwortet? Wie funktioniert denn da die Zuteilung? Also du hast ja gerade gesagt, es gibt eigentlich keine inhaltliche Aufteilung unter euch. Wie kann man sich das vorstellen, wenn dann, ich nehme jetzt mal an, 20, 30, 40, 50 Anfragen kommen, muss man die ja irgendwie bearbeiten als Team. Ja, dann muss man auch unterscheiden zwischen dem, was sozusagen uns mehr oder weniger informell erreicht, an Hintergrundanfragen, da beantwortet von uns jeder das, was bei ihm aufläuft. Aber wenn ich in der Frage nicht ganz sicher bin, was sagen wir dazu, dann sprechen wir uns auch ab oder fragen nach. Und den offiziellen Anfragen, die bei uns im Bundespresseamt, dessen stellvertretende Leiterin ich ja bin, auflaufen. Und die laufen dann bei uns beim CVD auf. Und dann macht der CVD Vorschläge, wie das beantwortet werden soll. Und dann wird das abgesegnet. Superspannend. Nochmal auf die DGAP zurückkommend. Und wir sind auch bald am Ende unserer halben Stunde angekommen. Würde mich interessieren, wie du die Rolle einer Organisation wie der DGAP einschätzt, sowohl auf bundespolitischer, aber vor allem auch auf außenpolitischer Bühne. Was glaubst du, wie die Organisation gesehen wird und auch, welche Rolle sie einnehmen sollte? Ich meine, die DGAP ist eigentlich der traditionsreichste Think Tank in Deutschland, würde ich sagen, jetzt abgesehen vielleicht von der Stiftung Wissenspolitik, aber die DGAP hat ja noch mal ein bisschen anderes Profil als, also ein ganz anderes Profil eigentlich als eine Mitgliederorganisation, die also wirklich in ganz Deutschland außenpolitisch interessierte Mitglieder hat. Und darin ist ein Teil ihres Potenzials, würde ich sagen. Denn mit Deutschlands gewachsener Rolle, auch mit des wiedervereinigten Deutschland, wird es halt auch wichtiger für Deutschland, außenpolitisch aktiv zu sein und auch die Gesellschaft an Außenpolitik teilhaben zu lassen. Und da finde ich gerade diese Mitgliederbasis der DGAP eine tolle Chance. Und dieses Traditionsreiche der DGAP hatte auch was Zwiespältiges, weil sie, würde ich sagen, über viele Jahre dadurch auch so ein bisschen verstaubt daherkam. Und dann gab es ja aber auch eine neue Leitung, da kamen mehr Frauen rein und es war total erkennbar, dass man etwas ändern wollte und das jetzt mal so ein bisschen, despektierlich gesagt, von diesem Altherren-Image wegbekommen wollte. Ich finde es auch wichtig, dass dieses Altehrwürdige der DGAP ein Asset ist. Das ist toll, das ist das Gebäude, die Lage, das ist eine Tradition von so einer Organisation. Gleichzeitig braucht es aber auch natürlich moderne Inhalte und ein modernes Gesicht. Und ich setze mich jetzt im Moment auch mit anderen dafür ein, dass wieder mehr Frauen in die Leitungsebene kommen, weil wir da jetzt eigentlich eher ein bisschen Rückschritte gemacht haben. in letzter Zeit und das finde ich sehr wichtig. Und da sehe ich eben auch, dass die junge DGAP bei diesem Modernisierung als Treiber sich engagieren kann und soll. Und das ist total, total wichtig. Aber ich finde, ich sehe letztlich zwei große Aufgaben. Das eine ist Außenpolitik in die Breite tragen und das andere ist klassische Think-Tank-Arbeit, nämlich die Regierung auch politisch zu beraten, vielleicht noch als weitere Aufgabe Leute zusammenbringen mit Veranstaltungen, Konferenzen und so weiter. Aber das ist, ja, das ist die Aufgabe. Super, du hast mir gerade die perfekte Steilvorlage für meinen abschließenden Werbeblog gegeben. Dazu vielen Dank. Aber bevor wir da hinkommen, möchte ich noch die Frage von Jana aufnehmen. Und zwar an dich, Christiane. Wie kannst du in deiner Rolle die von der Bundesregierung proklamierte Feminist Foreign Policy voranbringen? Ein gutes Bindeglied, gerade auch zu dem Thema, das du gerade angeschnitten hast. Also Frage an dich. Ja, gute Frage. So direkt kann ich das, glaube ich, nicht unbedingt voranbringen. Das ist ja im Außenministerium angesiedelt. Annalena Baerbock hat es ja sehr stark im Blick, total promotet. Das ist im Koalitionsvertrag verankert worden. Und ich kann es immer, wenn danach gefragt wird, erwähnen. Ich kann es vielleicht auch zu Veranstaltungen mitnehmen als Thema. Und vielleicht ein ganz kleines bisschen auch durch meine Person. Also durch sichtbare Frauen, die sich für Außenpolitik interessieren, kann man es natürlich vielleicht auch auf eine Art voranbringen. Aber es ist einfach so etwas wie Awareness. wo ich mitmachen kann. Aber die Hauptarbeit macht da das Auswärtige Amt. Und die sind da ja ganz gut auch dabei. Super. Vielen, vielen Dank. Dann jetzt, wie versprochen, der Werbeblock zum Abschluss. Und zwar nochmal der Aufruf an euch, die zuschauen oder sich auch danach diese Aufnahme anschauen, euch einzubringen. Du hast es perfekt gesagt, Christiane. Die Organisation ist eine mögliche Organisation und lebt vor Mitmachen, Mitdenken, auch kritischem Mitdenken. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben noch einige andere Veranstaltungen in der Reihe Women at DGAP geplant, die in den kommenden Wochen live gehen werden und auch als Porträts auf unseren Social Media Kanälen einsehbar werden. Und zu guter Letzt unsere Veranstaltung Women at DGAP am 9.9. in der DGAP in Berlin. Und wir freuen uns sehr, viele von euch dort live ohne Personen zum Austausch, Netzwerk und vor allem kennenlernen zu treffen. Aber jetzt erstmal vielen, vielen Dank und danke dir, Christiane, für deine Zeit für uns heute Abend und danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.